Willkommen zu der neuen Folge zu Super Mario Reads 3 Hör auf damit was soll ich du machst das Gib dir immer toll, ja. Okay, okay. Du wirst dann nicht mal an Das haben wir jetzt endlich geschafft mit dem Boss das Schloss Die Spezialwetten, wann kommen die eigentlich? Hä, die was? Die Spezialwetten? Ja, wenn man alles hat, alles hundert Ach so Ich dachte, ach so, okay, im Scheiß drauf. Die macht die sowieso nicht Das haben bestimmt schon andere gemacht Gib mir ja Hallo, ich kenne mich so gut Komm, ich gebe dir einfach drei Sekunden, okay Wenn ich wirklich in drei Sekunden sterbe, dann bist du dran Innerhalb drei Sekunden, eins Bist du nach vorne machen, Bildschirm? Wir bleiben bei acht Neun Das war Felsesuchung Warte, warum, warum stirbt die zuvor, wenn sie mich berührt? Ja, ist so Warte, lass mich nochmal Na hallo, ich hab's noch abgegeben Mein Haus, meine Warte, du Sucht Okay, jetzt waren wir noch auf 15 Okay, komm, komm Komm, ich passe jetzt auf Was ist das? 23 Minuten Mach du Ich hab keinen Plan Diese Schlampe verfolgt mich voll Bowser's Schloss Das ist so kacke So kacke ist das Muss wieder nach hinten Egal, du wachst nochmal Ja, okay Jetzt weiß ich, glaube ich, wie ich's machen sollte Man kann nix mit Joshi anfangen, oder? Wenn da so ein Schrauber ist Ich kann nicht mal schießen Nein, jetzt Okay, guck mal Was willst du machen? Zeig Die Wükschen war ich's mit ihm nicht Und? Kann mich verfolgt mich trotzdem noch Jetzt kommst du nochmal Du Wichser, wenn du's jetzt schaffst Du Wichser Du Wichser Hehehehe Egal, ich hab' das gut gemacht Das ist gut gemacht Ich mag Du kannst lachen, wenn du willst Ich hab' 1 bis 4 Wie 1 bis 4 1 bis 4 Also ist es wie das über Marat-Wern 2, man kann eine Tür aussuchen, oder wie? Naja, auslusten kann ich jetzt nicht, aber Zuverhalt Achso Wie 1 Weil das einmal unterschiedlich, wie schwer das Level ist, oder wie? Das weiß ich nicht, ich glaub' die sind ja nicht gleich alle Die Zahlen sind nur da, um, ja, weil, den Sinn Den Unterschied halt Achso, man kriegt ja alles auch, was man bei 1, 2, 2 bis 4 ist Also Das Baby kommt sowieso zurück Naja Was? Ist ein Lava Nein, hier müsste es sterben, aber Das Spiel ist ja so Kinder Ist kinderfreundlich Ist kinderfreundlich Ich bin jetzt kinderfreundlich, Leute Geh schneller durch Das Baby ist so behindert Ich hasse das Baby Das Baby ist so behindert Ich hasse das Baby Hallo? Hast du kacke Ge- Ich kann einstellen, dass da vibriert Feel the rage Feel the rage Lauter Deine Wut Ich spür die nicht Ich hab' nicht gemeint Ich hab' nicht gesagt, viel Nein Nur für Wut Wut Warte Warte Ich hab' auf die 3 Einfach los und schmutz Wenn es eine andere Zeit sind Das reicht Das heißt schon Achso Was ist da? Das sind Speedtaste Schöniger Leute Verdammt Drücken Ja, oder so Ich hab' auch nicht Speedtaste gedrückt Aus Versehen Ja, aus Versehen Achso, ob das einfach los Das ist ja so einfach Glück muss der Mensch auch noch haben, muss die Ich weiß Hab' ich, sag' ich auch häufig das Den, 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 den Oh, Leben Ich bin schon fast da Was, ich bin beim Boss? Fast Warte, wir waren das nochmal Am Anfang kennst du gegen Tamek Und danach kommst du später zu Ähm, Bowser Ich hab' die Speedtaste gedrückt Ja, aus Versehen, man Du Wichs Du Wichsgestalt, komm her Du Wichsgestalt Du wichsgestalt Du wichsgestalt Du wichsgestalt Ich hab' die Ich hasse diese Missgestalt von Karmelk. Überwesülle ich da. Ein Leben dazubekommen. Bleiben wir da unten. Gespeichert, ja. Hast du schon was für den Corporate, glaubst du schon. I'm small, ich werde gegen den Boss kämpfen. Die Ehre gebührt mir. Die Ehre gebührt mir. Ich hab noch nicht gezahlt. Keine Ahnung. Ich hab abkürzungen genommen. Ich bin gut. Trotz dessen kommt noch eigene... Ja, okay, leider. Alles schön ist, was das letzte. Den, 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 den. Der Anfang ist geil irgendwie. Wie mutig, Yoshi, hier aufzutauchen. Und jetzt gibt mir ich das Baby. Da kommt zuerst mal Baby, äh, Baby, äh, ähm, Bowser Junior, oder? Ach du schreckt. Ich hab den kleinen Meister... Nein, es ist Bowser, es ist Bowser. Ach du schreckt, ich hab den kleinen Meister Bowser geweckt. Das ist auch noch klein. Rebell. Wie soll, äh, wie soll ich denn bei diesen Krass schnappen? Kabams. Die Vergewaltigung. Was jetzt? Hä? Hm? Ui. Was denn das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir. So fing das, so fing der Konflikt an. Zwischen Mario und Bowser. Muss jetzt... Was soll einfach aufpassen? Nein, nicht so. Stammattacke. Ja. Stammattacke? Ja. Wieso will das Tier... Wieso will ein Bowser nicht reiten? Machen wir mal Stammattacke? Ja, ist doch richtig so. So, was auch, was auch. Müssen wir da ganz in mich reiten, dann Bastard. macht die steuerung stopp hat er schaden sagt mich er nicht machen soll jetzt passiert was jetzt man muss die das weiß ich nicht also ich muss man das mit der steuerung ist ein bisschen kacke schon bei der einfachen version was los komm her baby macht oder stell mich noch blöder an er das zweite übertreibt nicht kann ein baby das kommt die kacke nochmal habe ich geschafft joshi was hast du getan mein junger meister ich helfe dir jetzt wird er groß jetzt kann ich was jetzt noch ein paar mal glaube ich was passiert jetzt ach so jetzt muss ich jedes mal ach so jetzt muss ich von weiten eier auf den kopf seinen kopf der wilduntergang jetzt kommen baby bauze hier hat mich bisher ein draugoran ich weiß nicht wieso es gab doch diese folge bei pokémon ein riesen draugoran ich kenne die folge noch was so so tritt man ihn das war etwas zu kurz komm du hatte wieder von da oder nicht auf und da jedoch nichts übertreib die ganze kacke noch mal ja komm gib es mir ich glaube du wirst den letzten boss besiegen wie viel braucht der zweite boss eigentlich ich glaube sechs mal ja hast du geschafft speed taste nee 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 das war ein scherz das war ein scherz ok ich will grad drücken gleich kommt megaman ich hab schon jetzt angst megaman zu zocken die musik ist aber geil oder ja klar mal so wie wir auf den schiefer hm guck mal guck mal machen das schiefer er ist sowieso dumm geht er weg in die mitte gleich kommt er ein stein oder irgendwas anderes für eine feuerball ja sag ich doch ein stein hä Lustig Okay, ganz nach unten Ähm, okay Gut gemacht Jetzt aber einfach so, ne Das trägt einer so auf Jetzt kannst du ihn aber von nahem machen Wenn er ihn näher kommt Jetzt aber Übertreib Jetzt Mir egal, jetzt Hallo Nein, daneben Der Thaddeus kommt näher Das ist Game Over, oder? Nein, nichts Jetzt aber Mir ist auch ein zweites Mal Getroffen Das haben Du musst weiter schießen Weiter nach hinten dann Mal weiter nach hinten Ja, so Guck Das war eigentlich noch knapp Nochmal weiter So Das trifft ihn auch Hallo Dein Bauch wieder Von ihm Von ihm den Mund geschossen Dreimal noch Jetzt kommen wieder ein paar Steine Ja Das trifft ihn Jetzt nochmal von da Ja Gut, so Noch einmal Dann sechs Oder wie? Ja, dann hast du insgesamt sechs Hm, doch mehrmals Seinen Bauch hast du wieder getroffen Jetzt hast du ihn getötet Ja War das Riesenbild Spieltaste Nein Wenn du das machst Okay Die andere Spieltaste Das funktioniert nicht Ich habe eingestellt Die Spieltaste Bei dir piepst wohl Du blöder Spielverderber Aber das wird dir Noch leid tun Unsere Rache wird verständlich sein Hihihi Also das war wirklich der Beginn Also so hat Bowser Mario hast ihn gelernt Oder wie? Nur wegen Yoshi Ja, das machst du es nicht Verdammt Das ist schon zu spät Luigi Das machst du nicht Gemeinsam haben es Die putzigen Yoshis geschafft Die Babys wieder zu vereinen Das Storch Das Storch In Ausübung seiner Pflichten Brüder unterbrochen Kann nun endlich Die zwei Päckchen abliefern Danke Yoshis Ihr seid super Speedtaste Und wenn du Speedtaste machst Boah, du wirst Achso, ich dachte jetzt an dich Ihr macht ehrlich Nein Speedtaste Ich geb dir eine Die Speedtaste beim nächsten Mal Schaut es in den Kommentaren Das machen die nicht Da schreiben sie sowieso Oh Mann Einfach mal Was dazu für nur Punkte Ja, klar 84 Also wenn man 100 haben will Darf man beim letzten Boss Geht an nicht mal einmal getroffen werden Hm Speedtaste Das war langweilig Ja, wollte ich auch gerade sagen Alter 4 Macht das unter Das hört sich Sinn Das ist bisher die größte Flagge Wo kommt das Geräusch Achso, das ist das Storch Der fliegt jetzt weg Ich will mir echt die Eltern von Mario und Luigi sehen Von die Friends Da wir hier nicht die Speedtaste Nein Ah, die Kurs haben wir sehen Okay, hier bitteschön Stop friends Genieße die Musik muss die, genieße die Kann man die irgendwie überspringen Speedtaste Ihr könnt nichts anderes erwarten Von einem Fachabiturenten Ich schlag dich gleich Du bist älter, also ich nehm dir mal ein Beispiel Ja, du, ich warte Wichser Toshinori Kawaii Kawaii Musik war toll Game war toll Okay, okay Also die Musik war in Ordnung Wie ihr hier gerade hört Okay, ernsthaft Es war einer meiner Lieblingsspiele Schon damals Immer noch Ähm, ich gebe eine 8,5 von 10 In was? Alles Ich habe erst einmal die gesamte Ähm Fazit gemacht Achso Ich gebe dem Spiel 7 Das ist ein Rass ist oder nicht Schreit's in den Kommentaren Das ist mir nie langweilig Aber das Spiel war auch schon geil Es gab geile Stellen Ich glaube der letzte Teil war am besten Also der Bossfalt Ach wo, wo ich dabei noch Halt's Maul Du hast es auch gesagt Der letzte Teil Soll ich dich wieder züchtigen? Der wäre so saufu Satoru Iwata Soll ich dir die Strenge braun? Das ist gleich Das ist sowieso Wie bist du jetzt drauf, Mann? Das reicht, das reicht Ach, muss die Egal Gleich kommen sowieso Megaman Der werden wir sehen Der werden wir unseren Spaß haben Ich werde mal Spaß haben Wenn ich dich gerade so eiskalt auslache Endlich Da unten wohnen Mama und Papa Warte, wer sagt das jetzt? Das ist euch oder die beiden? Der Geschichte ist hier Na, ja ist klar Endlich Da unten wohnen Mama und Papa Ja Der Geschichte ist hier Wo wohnt ihr eigentlich genau? Guck mal deren Haus an Ein Pilz, deswegen die Pilzsucht Deswegen diese Pilzabhängigkeit Was haben wir denn vorstellt? Mago, 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 nur Tschüss mal Gar nicht, Bruder Die sind sich überhaupt nicht ähnlich Guck mal Stimmt, einer ist hetero Oder einer ist homosexuell Ja, das weiß ich Wohin sei sie zu wissen Aber die sehen es schon ähnlich Das sieht man schon Die Eltern haben einen Bart Beide Mama und Papa haben einen Bart Guck Guck mal die Hände Unsere Helden, der Blick in das nicht der Welt Ja, schon voll lange Aber richtig lange Ende Fragezeichen Und warum, die Schade Wenn ich sehr wirkliche Fragezeichen Komm, wäre heftig Ende, 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 Ende Ich kann nicht weitergemachen Mach's bitte Funktioniert nicht Okay, Leute Nein, das funktioniert nicht Okay, wir sehen uns das nächste Mal Nein, drück Start Tschüss